Aus dem Gebetsbuch von meinem Grossvater. Das grosse Gebet der Eidgenossen. Lass uns beten zu Lob und Ehr der Weisheit, in der Gott war, dass er alle Sachen geschaffen hat. Lass uns beten zu Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Dass er uns anfangen und vollenden hilft, ihm zum Lob, Ehr und Dank. Lass uns beten zu Lob und Ehr der Weisheit, in der Gott ist, dass er alle Sachen geschaffen hat. Dass er uns Weisheit und Gnade verliebt, allem zu widerstehen, was gegen seinen göttlichen Willen und uns zum Bösen ist. Zu Lob und Danksägig für den tröstlichen Ratschluss. Da die Gottheit das Erlösen beschlossen hat und das ganze Menschengeschlecht. Und das uns Gott von allen Sünden und allen sichtbaren und unsichtbaren Feinden erlöst, hütet und schirmen will. Zu Lob und Ehre, der auserwählte Mutter Gottes, als ihr, der Engel Gabriel, verkündet, hat das ewige Wort. Und zu Lob und zu Lob von der Lauterkeit, in der sie Gott empfangen hat, in ihrem reinen, jungfräulichen Schoss. Und zum Dank für all das Leiden, das unser Herr Jesus je gelitten hat und was uns um seinen Willen je gelitten wird. Und zu Ehre von St. Moritza und seiner Schar, den 10'000 Soldaten, den heiligen Urs und Viktor und ihre Gefährten und alle Heiligen, die unserem Vaterland gnädig sind. Dass sie für uns Gott bittet und uns streiten helfen, in der Not zu allen Zeiten. Und zu Lob vom heiligen Vater, der Bruder Klaus, der mit seiner heiligen Fürbitt bei Gott uns treulich gedenken will. Auf das wir in unserem Vaterland in Frieden, Ruhe und Einigkeit leben mögen. Und behütet werden von fremden Herrschaften. Und uns erhalten bei unseren blöblichen Freiheiten. Die unsere Voreltern gesetzt haben, die mit grossem Schweiss und Blut erarbeiten. Und das wird nicht brüchig werden, am Gelübte. Sodass wir zusammen da haben, für ihr und auch unser Vaterland. Lass uns beten, im Namen Jesu, für alle Christen. Lebendige und Tote. Dass Gott uns und ihnen den Frieden geben. Und für alle gute Menschen. Dass sie beharrlich bleiben in ihrem guten Leben. Und für alle Todsünder. Dass Gott uns hilft. Dass wir uns bekehren von Sünden und gut werden. Und dass sich Gott über alle Menschen erbarmt. Wir befehlen auch unseren Seelen. Lieb, Ehre und Gut. In den Schirmen Maria. Und in ihren liebes Kind. Dass sie uns unsere Sünden. Nicht gelten lassen. Und für uns Fürsorge haben. In aller Not. Amen. Gestern. Ich habe eine Beerdigung. Für einen alten Mann. Durchgeführt. Nachher. Es gab eine gleiche Möglichkeit. So sind wir zusammen. Wir gesessen. Und haben viel geredet. Und ich als Mönch. Da redet man immer gerne über die Kirche. Und es schimpfen alle über die Kirche. Und so muss ich meine Mönchsbrüder und Schwester in Schutz nehmen. Und jemand hat gesagt. Die Kirche unterdrückt die Leute. Versklavt die Leute. Und so haben die Einzelnen keine Eigenverantwortung. Er hat erzählt und erzählt und erzählt. Es ist ein Vater gewesen. Der selber Kind hat. Da habe ich ihn gefragt. Ob er seine Kinder unterdrückt und versklavt. Natürlich nicht. Ich habe ihn gefragt. Ob seine Kinder. Können machen was sie wollen. Natürlich nicht. Der hat ihn gefragt. So in deinem Haus. Herrscht der Wille vom Vater. Er hat er nicht mehr gewusst was zu sagen. Ich habe ihn gefragt. Warum denn er. Sein Willen muss durchsetzen. So hat er gemeint. Dass sie später. Selber. Ihren eigenen Willen können einsetzen. Aber es ist eine gefährliche Sache. Wenn man sich selber. die ganze Zeit. Das als Mantra. Selber seid. Und die Hei. Wird schwierig. Der lieb Gott im Himmel. Wo ist der Himmel. Und wo ist der lieb Gott. Er möge uns. Weisheit und Gnade. Verlieben. Allem zu widerstehen. Was gegen seinen göttlichen Willen. Und uns. Zum Bösen ist. Die Eigenverantwortung. Heisst nicht. Ich muss Gott sein. Die Eigenverantwortung heisst. Wo. Und für was. Muss ich. Mein Willen einsetzen. Nicht. Zum machen was ich will. Sondern. Sondern. Dass der Wille. Vom Vater im Himmel. Erfüllt wird. Es ist ein gutes Gespräch gewesen. Dass er am Montag immer. Ein Papi Tag hat. Ich habe 24 Stunden. Und sieben Tage. Ein Vater leben. Und wenn man den Vater kennt. Es ist die Eigenverantwortung. Im Sohn sein. Papi Tag heisst. Mit den Kindern. Ein bisschen spielen. Und nicht wissen. Was man eigentlich. Für eine Aufgabe hat. Wie auch die Kirche. Ist nicht nur am Sonntag. Ein Vater von uns. Wir sind 24 Stunden. Und sieben Tage. Und sieben Tage. Und sieben Tage.